So, hallo. Jetzt sind wir hier in den heiligen Hallen unten in der Berlin Arena. Ich nehme euch jetzt mal mit auf einen kleinen Rundgang hier unten. Hier geht es jetzt in die Mixed Zone, heißt in dem Bereich, wo die Spieler nach den Spielen immer zu Interviews bereitstehen. Hier auf der linken Seite ist der Media Workroom, wo wir schön fleißig arbeiten können. Und hier geht es jetzt in die Halle, trainieren im Moment die Italiener. Direkt vor uns ist die Pressetribüne. Keine ganz so schlechten Plätze also. Bei einer Mitte auch Andrea Bagnani, einer der Topstars der Italiener. Unter dem Chor mit dem roten Shirt, Danilo Gallinari. Ja, einer unserer Vorgrundengegner und wie ich denke wahrscheinlich das Schlüsselspiel um Platz 3 bzw. 4 in der Gruppe. Ja, wenn man ein Dritter werden, muss man neben Island auch Italien schlagen. Gut, soviel jetzt erstmal von hier. Mehr dann im Anschluss. Bis denn. Tschö. Tschö.